Hallo Leute, was geht ab? Ich bin es euch, Shishamu. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Kopfvorstellungen, ja, um eine Kopfvorstellung und zwar um den Oblaco. Ich habe jetzt drei Varianten da. Einmal den S Rosé, dann den Anglaise S, den ich eigentlich jetzt schon sehr lange habe und auch länger im Gebrauch hatte. Und dann noch den Dragon M, mit dem wir heute rauchen werden. Übrigens, danke an Elvano, und zwar haben sie mir den Dragon M Funnel zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Den Anglaise habe ich mir gekauft im Shishayo Store & Scenten. Und den Rosé Goldenen, also Rosé, habe ich gekauft bei Oceanhooker.de. Also in allen drei Shops sind diese Köpfe verfügbar. Die Köpfe gibt es in Deutschland als M Funnel, S Funnel, als Killer Bowl. Und in Russland, oder da wo sie herkommen, ja aus Russland, gibt es sie auch noch als L Funnel, die dann ein bisschen größer sind. Sie sehen auch richtig geil aus. Ich habe hauptsächlich normale Funnels hier, also keine Killer Funnels sowieso. Killer Funnel ist dann aufgebaut wie, wo habe ich den Kopf? Habe ich gerade nicht da. Also wie so ein UPG. Das Besondere an dem Ganzen ist, es ist ein bisschen dunklerer Ton, ist made in Russia, ist handmade. Man hat hier vorne so schöne Airflows, ja. Also sprich, dass wenn man den Kopf mit Alufolie oder so raucht, dass man die Alufolie nicht anzieht. Das hat man nur bei den S Modellen. M Model hat das nicht, aber da liegt das Funnel noch auch etwas tiefer. Hier hat man das gemacht, weil es ein flacher Funnel ist. Qualitativ sind die Köpfe echt sehr gut. Wie ihr sehen könnt, hat der Kopf angefangen zu bluten, aber er hat nicht so schnell gebucht wie ein VDK Martini oder Werkbund Spot. Bei dem hat es wirklich lange, lange, lange gedauert. Und wenn ihr solche Köpfe habt, Leute, bitte tut mir an Gefallen, wascht diese Köpfe nicht aus. Ihr macht euren Kopf dadurch kaputt. Maximal, was ihr machen könnt, ist in einen Topf tun, Backofen rein, 150 Grad, 45 Minuten, dann tritt die ganze Molasse aus, abputzen, fertig, ja. Nix mit Kochen bitte, nix mit Waschenköpfe, ich wasche meine Köpfe generell gar nicht, ja. Weil einfach die Köpfe warm sind durch das Wasser, schade ich einfach dem Kopf, bringt nix. So, Kohlen geht gerade an. Was ich noch sehr geil finde, ist der Dragon Kopf. Guckt euch das Ganze mal an. So mal alle. Mal schädelischen Weg. So. So sieht das Ganze aus. Also so drachenmäßig wirklich geil. Was mir noch sehr gefällt, ist der Rosé-Gold, ne. Wenn hier Licht drauf fällt, sieht das Ganze immer anders aus. Aber auch sehr schöner Kopf, mit dem habe ich noch gar nicht geraucht, weil er einfach dafür da ist, um ihn schön anzusehen, ja. Vielleicht raue ich irgendwann mal als Ersatz, wenn mir mal der Angläs kaputt geht. Und der Angläs ist vom Performance her wirklich richtig brutal. Auch weil er unglasiert ist. Ich feiere den Kopf, die Qualmeldung sehr gut. Ich würde mal sagen, ich baue jetzt freihändig kurzen Köpfchen, ja. Und zwar geht es heute um den nagelneuen Chaos Turkish Bubble, was der kann so. Kohlen sind gerade aufgelegt, also könnte es gleich Rambazama geben. Übrigens habe ich hier dafür das geile Brettchen vom Werkbund. Habe ich mir das hier selber gekauft, kostet um die 25 Euro. Ist schon Kopfbaubrett. Finde ich nice sowas, ja. Muss man haben. Übrigens kann man es auch kaufen bei Elvano. So, machen wir mal den Chaos raus. Schön auflockern erstmal den Tabak. So. Und Kiwi. Also ihr seht auch, es geht ganz schnell mit dem Kopfbau. Übrigens, der M schluckt 20 Gramm ungefähr. Die S-Modelle schlucken, ich schätze mal so 15, 13 Gramm. Je nachdem, wie man den baut. Der S ist eher für kürzere Sessions. So, gib mir noch ein bisschen Tabak hier rein. Also, mit dem Bauern gestaltet sich das Ganze auch sehr einfach. Aber ich finde, mit dem S ist es noch einfacher. Weil ihr da einfach diesen schönen Rand habt. Ihr seht, ihr habt immer leicht unter dem Rand gebaut. Und fertig. Bisschen höher als Funnel Locken gut ist. Ist eh ein ziemlich flacher Funnel. War auch der Grund, warum ich ihn gekauft habe. Bis mir Elvano geschrieben hat, dass sie mir, ob ich halt ein Interesse an einem Funnel M, ob ich schon einen habe. Oder was für welche ich habe. Habe ich gesagt, natürlich habe ich Interesse, Digga. Dann hat er gesagt, ja komm, schicke ich dir. Und ich muss sagen, das Ganze war auch sehr, sehr schnell da. Und unser Kopfbau ist jetzt auch gleich finished. Fertig. So. Das Ganze gestaltet sich ganz easy. So, jetzt haben wir schon mal Tabak reingetan. Ihr seht, wichtig ist natürlich beim Kopfbau noch, dass ihr das Ganze verteilt. Zeige ich euch mal. Einfach verteilen. Gucken, dass keine Lufteinschlüsse da sind. Zack, zack, zack. Also ganz easy. Am besten nicht andrücken. Ich hasse es angedrückt. Da dauert es ewig, bis es angeraucht ist. Lieber Fluff bauen. Da kann man schön mit der Hitze spielen. Also wenn es zu viel ist, schutzt ja eine Kohle nochmal schräg drauf. Oder wenn es zu wenig ist, könnt ihr Deckel zumachen. Gegebenenfalls noch eine Kohle nachlegen. Also ich mag es so am meisten, um ehrlich zu sein. Übrigens sehe ich gerade, dass das Video echt ewig lang gehen wird. Mit sehr wenig Cuts. Deswegen, Leute, wenn ihr noch keinen Kopf angemacht habt, drückt Pause und macht den Kopf an. Macht dir auf jeden Fall nichts verkehrt. Was halt wichtig ist beim Kopfbau, wenn ihr hier hinten so Lufteinschlüsse habt, einfach zustreichen. Aber nicht drücken, ja. Einfach zustreichen. Den Tabak zurecht streichen, sage ich jetzt mal. Dafür hat sich so ein Lochscher richtig geil. Natürlich auch von Elvano. Auch von Werkbund. Und, ja. So ist das Ganze dann fertig. So sieht es aus. Also ziemlich, ziemlich nice gebaut. Und ich finde der Dragon ist auch ziemlich geil. Also ich wollte mit ihm nicht rauchen, weil er einfach zu schön war. Aber ich habe mir gedacht, komm Digga, scheiß drauf, probier den aus. Übrigens rauche ich hier heute mit. Das wäre fast schiefgegangen. Übrigens rauche ich hier heute mit. Meiner Nuda Veritas von El Shisharito. Ich habe drauf gemacht, die Aeon Atom Rauchsäule. Oblak O.M. Ich rauche mit zwei offenen Diffusor Löchern. Und natürlich meinen 4 M.I.C.I.S.I.S.I.A. Kaboom. Ein Stück. Ich würde mal sagen, ich hole jetzt kurz die Kohlen. Machen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, auf jeden Fall. Mit dem M dauert es ein bisschen länger anzurauchen. Mit dem S am Gläse geht es sehr schnell. Weil es auch unglasiert ist. Ja, da kommt die Hitze einfach schneller unten an. Ich weiß, bis die Kohlen ein bisschen kleiner sind, dann mache ich sie rein. Die Köpfe reagieren auch sehr gut auf Hitze. Wirklich. Und wen es stören könnte, dass die Köpfe so bluten. Sollte Zur Gläse Version greifen, ja. Ich persönlich finde die Köpfe sehr gut. Sie sind sehr einfach zu bauen. Wenn man den S nimmt, sind sie sehr sparsam. Natürlich gibt es auch den Killer. Der schluckt dann wahrscheinlich 25 Gramm. Der ist halt dann für Fluff Setups. Für Kismet sehr gut geeignet. Der M ist ein sehr guter normaler Funnel. Der auch ein bisschen mehr schluckt für längere Sessions. Auch wenn man zwei zu dritt raucht. Und das Geil ist, er reagiert sehr schnell einfach, ja. Die Köpfe reagieren sehr schnell auf Hitze, auf Hitzeveränderungen. Also kann man sehr schön mit den Köpfen spielen. Sie rauchen sehr gut, sie qualmen wirklich sehr gut. Natürlich liegt sie auch immer am Tabak. Aber da das so einfach ist zu bauen, kann man die Köpfe eigentlich fast gar nicht verkacken. Den Kopfbau gar nicht verkacken. Ich finde, sie sind sehr gelungene Köpfe, ja. Preise liegen sie alle bei 24,90. Jetzt werden der ein oder andere sagen, ja, teuer, aber ich finde den Preis einfach gerechtfertigt. Ist schon ein guter Funnel. Deswegen habe ich auch drei zu Hause. Weil ich bin einfach mit den Köpfen zufrieden, ja. Und mehr bin ich zu dem Video zu sagen, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, meine Freunde, könnt ihr mich unten abonnieren. Oben kommt ihr zum letzten Video, was ich hier geteilt habe. Der Oblaku ist ein geiler Funnel. An diese Stelle nochmal danke an Elbano, dass sie mir den Dragon zur Verfügung gestellt haben. Wie ich finde, ist ein sehr außergewöhnlicher Kopf. Und wenn das Video gefallen hat, meine Freunde, schaltet ein. Bis zum nächsten Mal.